Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge Let's Fly mit Karazor und mir. Die letzte Folge war ziemlich kurz gewesen und auch verhältnismäßig schlecht. Aber ich denke, dass wir das heute wieder oder in dieser Folge wieder gerade bieten werden. Ganz genau. Hallo erstmal. Hier ist der Mudden. Ich sehe gerade... ja. Hallo erstmal. Ah, Treffer, Treffer! Er brennt. Uh. Er qualmt. Oh ja, da ist einer. Ich hole ihn dir weg. Einer hinter mir? Hm. No, jetzt. Ich komme nicht hinterher, der ist so wendig. Ich habe den einen zerstört. Oh, das erste Mal von dir Abschusshilfe. Du hast hinter dir einen, aber ich komme nicht dran. Hm, jetzt. Oh nein, oh nein. Schön, dass du das nicht aufgenommen hast. Hm, Uwe, willst du das wissen? Ich war direkt über dir. Ich kenne dich doch. Och. Das ist blöd mit den Bergen, da denkt man, man ist so weit oben. Die Initiative! Nein! Oh! Was, du auch? Alter, nein, das war knapp. Du hast links von dir einen. Die Fokkerwolf. Da kam eben und verbündet er von uns hochgeflogen und ich war im Sturzflug gewesen. Jetzt tun wir mal mit dem... ...schweren Jäger ein Ausweichmanöver starten. Im Sturzflug. Ja. Alter, das war so knapp. Ich hätte ihm das Heckback ballert. Ach, das ist echt blöde, dass ich zu Anfang den Jäger genommen habe. Aus Versehen. Warum fliegt er da hinterher? Taipun? Oder was das ist? Doch, Taipun. Hm, ich gucke mir mal an, ja. Jetzt ist noch ein Fokkerwolf hinter dir? Oder nicht? Doch, der kommt wieder zu dir. Alter. Scheiße, Mann. Warum habe ich so mit... ...Schnelleren genommen? Wo ist mit so einem... ...Ding hier rumfliegen? Hier ist gerade echt viel los. Ist wieder einer hinter dir? Ja, ich merke es. Er haut mich aber weg. Ja, ich komme nicht schnell genug an. Bis sich der... ...Jet hier mal eindreht. Nein! Du Sau! Na? Ja, na. Das sind keine Säu hier. Boah, da sind ja vier Stück da unten. Puh, 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 puh. War klar, dass mich da eine erwischt. Da kommen noch drei. Alter, ich merke es schon. Ich lege mal woanders hin. Am Statt mir zu helfen, nein. Ja, du bist der Einzige da unten. Meinst du, ich gehe da jetzt zu... ...klar. ...zu acht, neun Jägern runter? ...klar, du wirst du das. Ich bin tot. Hätte ich dir auch vorher sagen können. Die haben sich da echt gesammelt. Ah ja. Ist wieder einer mit so einem... ...sehr einfallreichen... ...einfallreichen Namen. Nicknack. Wow. Ja, Nicknacks sind gut. Ich wünsche, ich wäre so intelligent gewesen. Hätte nur so einen einfallreichen... ...einfall... ...so einen super... ...tollen Namen einfallen lassen. Ja, dann erklär uns doch mal deinen Namen, bitte. Ja, das haben wir doch. Worum wir schon dabei sind. Ein Supermarkt. Ja, ist das ein Supermarkt? Mhm. In Russland. Okay. Stimmt, hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Der Supermarkt in Russland. Schleichwerbung. Äh. Könnt das unsere russischen Zuschauer sehen, ja? Das sind alles Tawaris. Alles Bradans. Stirb. Langsam. Langsam? Mhm. Das machen sie bei dir immer. Mhm. Oh, ich hab meinen ersten Flieger runtergeholt. Was ein... ...Wunder. Gratuliere. Der Volk fliegt gegen Angriff. Jetzt. Und ich hab einen hinter mir. Zweite Flieger runtergeholt. Wo bist du? Ähm. Wir sind echt die beste Staffel. Du warst grad noch einen Platz vor mir. Jetzt durch den Kill bist du ganz schön gestiegen. Zwei Kills, ja. Ja. Ich hab schon wieder was erforscht. Also mit den Bonuspunkten grad ist das der Hammer. Ich hab nix erforscht. Das geht echt voran. Gerade. Das war's dann auch schon wieder mit der 38. Folge. Ähm. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach ein positives Feedback da. Natürlich auch Kritik nehmen wir auch gerne an. Dann. Ja. Sehen wir uns die nächste Folge wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.